Na alle zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Erfolg aus 8.3 und zwar finden wir den unter Kunden und dann Battle for Azeroth. Und der schimpft sich, es ist kein Tumor und für diesen müssen wir Verderbnistumore in Uldum oder im Tal der Ewigen Blüten während des Angriffs des Schwarzen Imperiums zerstören. Was brauchen wir als allererstes? Wir brauchen einen Angriff des Schwarzen Imperiums und welchen ihr abhabt, seht ihr quasi immer daran, dass ihr quasi hier einmal über den Angriff drüber fahrt. Dann steht hier Mogu dran, beziehungsweise hier steht dran, hier Entsort-Angriff und das ist dann immer der richtige. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ihr den Angriff hier abgeschlossen habt, also hier den Balken einmal gefüllt habt, was ihr einmal in der Woche machen könnt. Wahrscheinlich macht ihr das wie ich am Anfang der Woche, weil ihr ja immer die Dailies macht unter der Woche. Dann könnt ihr diese Tumore nicht mehr anklicken und dementsprechend könnt ihr das Achievement nicht machen. Heißt, ihr kriegt glaube ich 1% hierfür, wenn ihr einen Tumor anklickt. Und dementsprechend wäre es so, wenn ihr den Balken über die Tumore füllt, dass ihr das auf x Wochen strecken müsstet. Jetzt habe ich den Trick, den man bei solchen Sachen immer macht, quasi angewandt. Und zwar habe ich einen Schlachtzug aufgemacht. Dafür kriegen wir dann bei Quests keinen Fortschritt. Und bin hier ein bisschen rumgeflattert mit meinem Druid. Da kann ich nämlich schön von der Luft aus die Items aufmachen und kann mir dann ganz easy hier das Achievement holen. Eines brauchen wir jetzt an der Stelle noch. Zack, ihr seht, da ist das Achievement und ja, ist am angenehmsten. Man kann das auch mit anderen Klassen machen. Da braucht ihr dann ein Item vom Schmied. Es ist glaube ich irgendwas mit Monolith, Steigbügel oder so. Dann könnt ihr quasi auch ohne Druid die Sachen anklicken von der Luft aus und habt gar keinen Stress. Ich kann euch sagen, das hat jetzt eine Weile gedauert. Ich habe jetzt zwar hier im Schnitt 6 in der Minute aufgemacht. Also in der Stunde 360 könnt ihr rechnen. Für 1000 braucht ihr tatsächlich um die 3 Stunden. Vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem wie viel Konkurrenz ihr habt. Und ja, wo finden wir diese Dinger? Wenn ihr die, ja, hier Black Empire Invasion im Tal habt, dann würde ich euch empfehlen, hier im Kreis zu fliegen. Also ich bin hier immer ein, äh, nicht im Tal, hier ist es Uldum, quasi hier einfach im Kreis zu fliegen. Und in Uldum habe ich auch schon ein paar, beziehungsweise im Tal habe ich auch schon ein paar gefarmt. Und da bin ich dann einfach quasi hier so ein bisschen rumgeflogen und habe da meine Tumore zusammengesammelt. Müsstet ihr halt wissen, ob ihr das auch so machen wollt wie ich in dem Schlachtzug. Und das auf einmal macht. Oder ob ihr es dann quasi über mehrere Wochen immer, ähm, ja, bei den einzelnen schwarzen Imperiums-Invasionen macht. Und da das langsam zusammenhamstert. Das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich da ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, könnt ihr mir gerne eine positive Wertung geben. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!